Wow, das ist eine sehr lange Linie für den Kühlschrank. Das ist nicht eine Linie für den Kühlschrank, sondern eine Linie für den Kühlschrank. Der britische TV-Koch Gordon Ramsay duelliert sich mit einem etwas eigenwilligen Küchenchef und Michael Buffer tritt in seiner gewohnten Rolle als Chefansager auf. Der Food Truck Fight ist ein Vorklapp für den Film The Muppets Most Wanted, der in den USA im März 2014 in die Kinos kommt. Auf YouTube haben das Video schon über 220.000 Menschen gesehen. Bis zum Filmstart werden es wohl noch einige tausend mehr werden. In dem Video hat der Swedish-Chef in der deutschen Version der Muppet-Show der dänische Koch, dem Sternekoch Ramsay, seinen Stammparkplatz geklaut. Die beiden tragen diesen Streit aus und kochen gegeneinander an. Seine 15 Michelin-Sterne helfen dem Starkoch aber in diesem Fall überhaupt nicht. Der dänische Koch gewinnt das Duell, technisch gesehen jedenfalls, wie Michael Buffer es nennt, denn eigentlich entscheiden Miss Piggy, Stadler und Waldorf über Sieg und Niederlage. Und Dr. Honeydew fasst es zusammen. Eigentlich schmeckt keines der beiden Gerichte, nur wenn man sie zusammen mischt, gibt es eine explosive Mischung. Und jetzt wird es explodiert. Wooh, wooh, wooh!